Push start, please! Du warst noch nicht weit vorne, ich bin meilen weit vor den Ziel gekommen. Das war so knapp! So knapp! Der war so klein! Die Klappe! Was nehme ich jetzt? Ich nehme Schmetterneid! Ich nehme Schmetterneid! Time to kill another one! Welches wo? Nein! Nein! Das ist tryptiv! Der Shadowstar gehört eigentlich zu mir, wenn man es mal genau sagt. Nein! Der Name sagt gar nichts, das ist meine Maschine. Egal, jetzt bin ich Schmetter. Du wolltest nicht den Ramstar! Jetzt gehe ich auch mal ab! Was, du gehst da? Ich bin jetzt schon wieder Platz, Pia! Wollt ihr mal was wissen? Oh, nicht schon wieder den Schwuchte-Dance! Doch, ich habe den Didi-Dance! Ist das der Hamster-Dance? Nein, ich habe den Didi-Dance! Hier, ich habe den Didi! Da, Didi habe ich! Guck in my screen dahin! Das ist ein Waal? Alter, wie high sind wir denn? Boah, alter, das Zeug hat gut reingeknallt! Wie high du bist, weiß ich nicht! How high! High five! Kennen wir den Film How high? Nein! Was? Was ist das? Das ist Allgemeinbildung! Marihuana, Konsum des Besten! Aber du hast nicht mit diesen einen Typen da von den Spiderman gespielt? Ich gebe ich! Wende, 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 wende! Die! Nein, nicht jetzt! Die! Oh, ich muss umdrehen! Oh, Didi hat keinen Grip hier! die! 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 Die.低z! Der Lakhlakhz! cked CE! freely! Oh, انérique, ich bin ein� concernant! Pinguine werden gefressen zum Frühstück! Oh Gott, ich habe den Frauentausch geguckt, der ist so krank, der hat so eine Frau Häschen gegessen. Häschen? Oh Gott, der hat echt den durchgetreut. Lecker. Moment mal, 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 Moment mal. Du guckst, Frauentausch? Mir war langweilig. Oh Gott, er guckt auch Desperate Housewives. Und? Na und? Oh Gott, das ist doch ein Junge. Ich mag das. Du weißt, ein Junge, der Desperate Housewives guckt. Kennt irgendwer von euch Charme? Ja, ich, ich, ich. Das ist geil. Ja. Dafür gibt es jetzt die höchste Hammerstrafe. Hauptsache, fängt bei Supernatural an. Supernatural ist für ein Arsch. Nein, Mann, ich verstehe nicht, was du... Supernatural ist Charme des Goll. Ich sage Freaky Town. Nein, Freaky Town. Supernatural ist der, ich weiß nicht, was du gegen Supernatural hast. Supernatural ist einfach nur scheiße. Wieso? Ich mag es einfach nicht. It's just over 9000. Oh, ich war schon wieder falsch. Heroes ist geil. Supernatural ist hakt. Nein, du hakt. Du hakt auch. Oh, ja, er suckt weiter. Edward Cullen auch. Ey, ey, nichts gegen Twilight jetzt. Ey, Twilight ist voll dumm. Twilight ist übelst geil, das Buch. Twilight ist dumm. What? Dankeschön. Das wollte ich hören. Twilight ist mit das geilste Buch, was es gibt. Nein, das ist für Schmutz. Die Bücher sind einfach nur übelst genial. Nur der Film ist total für den Arsch. Oh, nee, das Knutzen finde ich gut. Ich finde den Film insgesamt zu schnulzig. Schnulzige Bücher, okay. Schnulzige Filme, no way. Oh, ich habe ein Schwert. Oh, ich bin jung, ich brauche Action. Ich bin jung, ich brauche Action. Steht. Horrorfilme sind toll. Ah, Max. Juhu, Horrorfilme geht durch, Saw 4. Oh, weil es noch Saw geguckt haben. Oh, ja, das war voll scheiße, voll langweilig. Was habt ihr geguckt? Saw 3. Wir haben es gar nicht verstanden. Wow, ich habe es doch klappi. Wir haben es gar nicht verstanden. Hat jemand schon mal House of Wax? Natürlich. Sam ist gestorben. Ja. House of Wax ist lustig. Vor allen Dingen, wo es am Ende dann alles abbrennt. Oder wo Paris hinfährt. Verreckt, Alter. Oh, ein Schlamper zu dienen. Der war richtig durchfällig, ne? Ja, mehr unter die Stange. Ich wünsche, ich wäre die Stange. Ja, dann ist das ja wie... Oh, wie spiel denn gerade? Kirby spielen oder sowas will ich nicht hören, weil Kirby mich an Pummelhoff erinnert. Und Pummelhoff ist total abkühlen. Pummelhoff und abkühlen? Pummelhoff sieht total sexy aus. Lass Pummelhoff aus dem Spiel. Pummelhoff ist nur Pussis. Pummelhoff ist ne Pussy. Pummelhoff ist schwul. Pummelhoff ist ne Pussy und schwul. Pummelhoff hat so ne Gaylocke. Ohne Scheiße, das ist ne Superman-Gaylocke. Du hast auch ne Gaylocke. Er ist ne Gaylocke. Gayglocke. Ich hab kein Grippe hier. Na, Yoshi, willst du dich auch mal was sagen? Yoshi, sprich mit uns. Komm, Yoshi, komm noch mal ein bisschen Gäste. Los, mach dir da hinten nicht alleine. Machst du uns zusammen. Pudding, dann lass die. Pudding! Das kann ich aus... Schoko-Pudding mit Knusperkeks. Christian Crunch. Pudding! Mit Crunchy. Oh, yeah. Oh, jetzt hab ich... What the fuck? Yes! No! Roxas, you bastard, come back here! No! 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 Nein, ich mach das. Roxas, you bastard! Fuck! Wer hat... Entschuldigung, weil ich nicht mehr ein Roxy. Was ist das? No! Wo ist das ein Roxy? Oh, Gott! Rosettenhofer, du hast an einschauen. Tschüss! Tschüss, Pudding, auf mein Gott. So, hast du Crank 2 geguckt? Nein, halb wollte, ich hab ihn noch nicht geguckt. Ey, der Josh nicht kennt, ey. Da ist Chester Bennington, genommen in Teil 1. Ja, Chester. Der war in Teil 1. Chester ist Käse. Ja, der war bei Teil 1 auch so. Oh, ich bin fertig. Da wollte der Typ, ne? Chelyos heißt der. Hallo, ich bin Stößer Vierter. Er braucht Natrenalin, ne? Er braucht Natrenalin und dann musste er da so zum Krankenhaus. Ich kenn den. Gutes. Ja, ich weiß, oder? 25, 25, 11 Sekunden, 11 Sekunden, verkackt. Push Start, please, immer noch. Du auch, danke. Ja, okay.